Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, mir, dem Hans. Am 28.01. ist der Regionalwettbewerb für Musik musiziert. Und dort spiele ich vier Stücke. Eins von diesen Stücken möchte ich euch heute zeigen. Und es ist der Delta Blues. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das war's und ich hoffe es hat euch gefallen. Falls ja, lass auf jeden Fall einen Like und ein Abo da und bis dahin viel Spaß und tschüss.